So, dürfen wir jetzt wieder von vorne anfangen, oder wie? Wo zur Hölle sind wir? Ah, okay. Na, das ist ja auch ganz gut. So, dann kommen wir hier auch vielleicht noch zu dem Grünen hin. Wo haben die mich gesehen? Anzünden. Anzünden. Die sehen uns, oder? Da oben. Ähm, kann ich hier eins weiter runter? Moment. So, nein, 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 nein. Ui, ui, ui. Schon gedacht, der springt noch weiter runter. Ah, ist halt gerade noch so funktioniert. Ah, ist es schlau, hier rum zu klettern. Kann ich hier weiter? Bisschen von der Seite. So, komm, weiter nach oben. Okay. So, wie machen wir's? Ist der erste eine Mitte, oder der, oder? So, nun anzünden. So ein bisschen hier runter. Jetzt leben sie plötzlich wieder. Auch geil. Okay. So, komm, hier runter. Oh, jetzt kommt der da hinten. Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Einen Moment. Hier drüben haben wir niemand. Ah, seht! Er vermisst euch. Jetzt kommt der mal näher. Stellt sich daneben. Okay. So, die hätten wir schon mal fertig. Warum redet der nicht mehr? Wittert der irgendwas? So, wie schaut's hier aus? Einer patrouilliert. Nimm ja schon mal den da. Dann den da. Da kann man ja schön aufräumen. Ganz easy. So, blündern können wir keinen. Doch, da einmal. So, wie schaut's hier oben aus? Ah, Moment. Kann ich den da packen? Alter, warum geht der jetzt? Ist er noch oben? So, den anderen vielleicht auch noch. Mal kurz zurück. Nein. Er hat uns nicht gesehen. So, der ist zu weit weg. Der da hinten ist auch ein bisschen blöd. Moment. Hier die Phantomklinge. Könnten wir doch theoretisch den hier abballern. muss die doch gehen, oder? Nicht so ganz. Oh, falsche Tasche. Hey, ich drück immer die falschen Taschen. Das war jetzt nicht geplant. Das war jetzt nicht geplant. Aber jetzt kommt er vielleicht mal kurz her. Ja, aber der eine schaut auch zu mir rüber. Ist ja jetzt auch nicht so gut. Oh! Geht's doch weiter runter. Hast du doch nicht die Luft ausgelöst, oder? Gibt's doch gar nicht. Wo muss ich denn nur noch schießen? Ach, komm her. Komm her, komm her. Alter, wenn der immer da oben rumspringt. Vielleicht an der Seite. Wieso kann ich den nicht runterziehen? Oh, oh. Wieso kann ich den nicht runterziehen? Nein! Nicht schießen. Ganz ruhig, Kollege. So, der war ja einfach. Oh, oh. Autsch. Der ist schon ein bisschen mies. Nein, 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 nein. Oh, ein Schuss. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich immer die falschen Taschen drücke. Okay, wir müssen... Das Feuer, das brennt. Okay. Aber ich weiß nicht, ob die Wachen halt... ...wieder da oben sind. So, oh. Hier könnten wir... ...einfach über das Seil rüber. Das wäre natürlich auch gut gewesen. So, der ist schon wieder leer. Auch gut. Äh, hallo. Einmal hier rüber. Nein, 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 nein. Nicht runterrutschen. So, ganz ruhig. Na los, Aufseher. Lasst uns anstoßen. So, dreht er wieder um. Warten wir mal, bis wir zusammen sind. Können wir die beide auf einmal machen? Ich könnte ja noch einen Vorsprung machen. Na, jetzt kommt er wieder. Moment. Wir warten kurz. Machen wir das jetzt mal anders. Wir warten hier, bis er wieder weg geht. Dann ziehen wir den runter. Und dann machen wir den anderen. So, wenn wir ihn zuletzt sahen. Ha, 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 ha. Einen Moment. Oh, schmollt ihr etwa, Aufseher? So, mit rumdrehen. Es tut mir unendlich leid, Aufseher. So, dann hätten wir den ja weg. Wir verhörten den Rest von ihm nicht finden. Ha, ha, ha. So. Jetzt haben wir hier einen, der blöd patrouilliert. Wollt, dann schätze ich. Können wir ausschalten. Nein, wieso? Willkommen wir das jetzt mit? Wann ist das alle mitbekommen? So, der da. Platt stehen. Okay, gerade noch so. Die haben das gar nicht mitbekommen. Auch gut. Dann müssen wir eine kleine Planänderung machen. Schauen wir den mit. Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweil für euch? Okay, den da hinten. Der steht gerade am... ...Dinger wieder. Er vermisst euch. Ha, 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 ha. So, einen Moment. Na, Na, Aufseher! Nicht nur unhöflich zu eurem Gast. So, da hinten haben wir noch einen. Was? Woher? Ach, der steht da auch noch so blöd. Was? Woher haben die mich jetzt wieder gesehen? Der da hinten. Ich will den nicht irgendwie runterziehen. Das steht immer so blöd. Obwohl, eigentlich steht er jetzt ganz gut. Anhalten? Ich im Auto. So, jetzt, ne? Schauen wir uns gerade in die andere Richtung. Können wir von der anderen Seite kommen, eigentlich. Moment. Der Nümmel. Der Nümmel. Ich nümmel dir gleich ein. So, wieder zurück. Das können wir denn gerade von hinten eigentlich machen. Oder von der Seite. Okay. Okay. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden, denn wir beugen uns niemandem außer Bayonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabo? Erbärmlich. Oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Benedikt Symbol. Rui, macht ihr sauber. Schnell. Ich sagte doch, ich bring ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. So. Oh nein. Schnell weg. Einen Moment. Wir gehen hier nach oben. Irgendwie hier runter. Keine Ahnung wie. Hallo. Hier gehen wir nicht weiter runter. Zu hoch. Aha, da sind die blöden Spitzen. Hier kommen wir vorbei. So. Anonym werden aus dem Kreishaus. Ganz easy. So, leichte Hedebade. Okay. Ein neues Andenken. Da kann man der andenken. Na dann. So, in welche Richtung müssen wir? Einmal hier hin. Ah, da können wir auch nur kurz die Schnellreise machen.